So und hallo meine Freunde, also wie ihr seht, wir stehen vor einer Tür. Falls ihr euch jetzt fragt, wo ich wohne, das werde ich euch jetzt zeigen. In dieser Unterkunft bin ich bis zum 1.7. untergebracht und dann geht es in das Haus, von dem ich ja schon gesprochen habe. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein, dann könnt ihr euch das angucken. Hier seht ihr meine Let's Play Hand. Sperren wir einfach mal auf, hier sind meine ganzen Schlüssel. Ich bin schlimmer wie ein Hausmeister. So, das ist eine Wohnung, das ist eine Einzimmerwohnung. So, da gehen wir nicht rein in diesen Raum. Der gehört mir nicht, da wohnt jemand anders drin. Das hier ist mein Reich. Chaotisch, ja, vorübergehend alles. Und wenn ihr es sehen könnt, hier unten sind schon die ersten Spiele. Und bevor ich es vergesse, es wird ein XXL-Unboxing geben. Da wo ich alles auspacke, was ich mir zugelegt habe, von Mikrofon bis Konsole, alles. Aber wir fahren jetzt erstmal fort. Dann gehen wir hier rein. Wieder meine geile Zockerhand. Ich freue mich schon, wenn ich wieder Let's Playen darf. Yay! Hier haben wir, Moment. Hier haben wir wenigstens Strom. Hier geht die Waschmaschine. Mit Getränken. Apropos, ich möchte jetzt auch mal kurz was trinken, aber jetzt mache ich erstmal diese Tour fertig. Hier haben wir den Gang. Hier ist wieder alles im Übergang. Dann haben wir hier Wohnzimmer. Ja, mit einem Fernseher, altmodisch. Aller 1970, keine Ahnung. Hier haben wir die Küche. Und hier draußen. Ich werde jetzt nicht rausgehen, weil wir Nachbarn haben, die nicht die Besten sind. Den Balkon. Hier wird gegessen. Und hier mache ich meine Zigaretten. Das Thema Zigaretten werde ich dann nochmal aufgreifen. Aber nicht jetzt. Hier wird es gekocht. Hier haben wir den Kühlschrank. Hier haben wir auch noch Lebensmittel drin. Und Kaffee und Pipapo. Tablet ist aber nicht meins. Da haben wir überall Zeug drin. Genau. So schaut das jetzt hier aus. Ja. Was ist jetzt der Stand der Dinge? Ja, der Stand der Dinge ist, bis zum 1.7. Das Video ist Stand 21. Moment. Ja, 21.6.18. Es wird ab 1. Juni in das Haus gehen. Von dem ich ja schon mal gesagt habe. Ein Video vorher. Wie es weiter geht. Und so weiter. Und ich schätze nochmal, dass es Mitte bis Ende Juni. Ich lette euch aber dann nochmal ein Video zu machen. Wann es wieder weiter geht. Wenn das Unboxing kommt, dann geht es eh direkt weiter. Also ja. Dann wisst ihr da schon mal Bescheid. Und ich hoffe, nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mir da tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Aber wir können uns jetzt noch kurz angucken, was ich mir denn... Ne, mache ich nicht. Lasst euch überraschen, was ich mir an Spiele geholt habe. Auch ein paar neue, die wir dann zusammen zocken. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also in dem... Dann möchte ich mich nochmal bedanken. Bei allen, die mir jetzt... Ja, meine Video-Qualität vom ersten Video ist scheiße. Ich weiß. Ich habe aber in die Infobox geschrieben, dass das Audio kacke ist. Aber viele kommentieren, Ja, dein Audio ist schlecht. Aber in der Infobox steht es drin. Also verstehe ich nicht. Ja, egal. Vielleicht greife ich das in einem separaten Video auf einem Desktop nochmal näher auf. Diese Computer und das alles muss ich erst noch kaufen. Konsole. Und das alles habe ich schon. Ich habe meine... Ich habe jetzt schon die ersten 10 Spiele, habe ich schon wieder. Genau. So ist der Stand der Dinge. Und wir sehen uns dann Mitte Juni auf jeden Fall wieder. Äh, Mitte Juni, Mitte Juli. Und am 25.08. natürlich auf der Gamescom. Wenn ihr da auch vor Ort seid. Also bis dahin. Und bis bald. Euer Saka.